so dass sie aus wie eine Stabilisation was F auch genug hoppla sorry Sag Wo? Wo? Okay Ist hier wieder sowas? Weiß ich nicht Da liegt er Und wo? Was ist das denn? Lauf doch mal Flüche haschen Auf der 3 habe ich die Ja Das gewissen Aber Konfrontieren Hier einfach Alter Nein Ja bleib mal da stehen Graber Junge Ja Der ist ja nicht ganz dicht Mich so zu verjacken Erst mal nachladen 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 Was ist das da? Energiezufuhr zu AASC gestellt Okay Schiffssysteme auf Verteilerkasten Ja genial ne ich weiß Ich mache Fortschritte mit dem Pall Hab gelernt Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen So weiter Muss ich hier auch lang Energie auf AASC ist immer umgeleitet Okay Und du? Hallo? Rede doch mal mit mir Oh ich wollte dringend mir die Packs alle Das Ding hat mich richtig runtergerissen Oh ich Idiot Ich hab doch Stase Warum setze ich das nicht ein? Mit C war das glaube ich ne? Ganz vergessen Wir müssen da gleich rauf gehen Ich muss doch hier lang ne? Ja Okay Weiter geht's Ne Runde vorsichtig spielen Dass ich auch nie starr sein darf Das dreht mich gerade immer so ein bisschen auf So Oh ich brauche nen Shop Und ich brauche was zum Heilen Und ich brauche am besten immer alles Ja genau das Alles außer das Der war mehr als knapp Ich habe keine Muni mehr Der war mehr als knapp Alter Ich verfall unter Panik Aber richtig Ist ein Job Nein Ist ein sicker Job Was steht da? Ich warte I don't wait I don't wait To die Macht Sinn War da was? Ja komm So ähm Alter ich bin so vollkommen am Arsch Gerade irgendwie Mit dem erstmal umballern Oder mit dem Und der nur drei Schuss So Oh ich will auch einfach nur zum Shop Oder den Speicherpunkt Das gilt mir auch Im Moment einmal annehmen Und Oh zielen Und treffen Genau Fertig Next Alter Da 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 liegen Wer habe ich das hier besiehen? Ah Am lieblich Hui So Das ist nichts Was flüstern die hier? Weiter geht's Mein Schotten zu Oh jetzt Jetzt bist du großer reinkomm calcium zu verjagen Na Kann ich was ein Brrrrrr Brrrr 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 Brrrrrrrr Ich hab mich gefragt ob das so audrehen kann Und dann die Mittlere Maustappik Brrrrrr Brrrrrr Brrrr Entschuldigung 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 Gibt's weiter weiter hier? ich bin mit der ungefähr hier aber ich muss nachladen und ich hab keine Muni super ich muss mit der spielen ah spin rum das meinte ich darf euch gar nicht das sowohl hinter als auch vor mir hier sind alter Versterben bitte, danke! Ja du auch! Und noch eine? Verarsch mich! Mitipack! 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 Das ist sauber! Oh ich bin hier voll! Herrlich! Aber gerade so! Hier ist nichts mehr, ne? Nein! Wo muss ich gehen? Einmal Grenade! Das kriegt man hin! Und jetzt? Da rein! Super! Weiter geht's! Äh, wo muss ich gehen? Ebene 3? Keine Ahnung! Ich glaube, Ebene 1 ist ja hier der Typ drin, ne? Oder? Erst mal noch eine Runde Zielen! Machen Sie uns wieder ganz! Was? Was war das? Hier Tempo! Die Brücke ist total hinüber! Keine Ahnung, was hier los war! Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten bis es zurückkommt! Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth! Mach das! Mach das! Energiekanone! Klingt so langsam richtig nice! Wenn ich mal einen Shop finden würde! Will ich verarschen? Ich speichere noch mal kurz! An ihm? An ihm? An ihm? Ich habe gesagt, an ihm! An ihm? Ich habe gesagt, an ihm? 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 das aber das ist der Baby Kuhl Impuls sie ist und Pultes zweier das ist die Formel aber Köln das ist sie das an die Nähe das ist einmal nachgeladen die Rübe wird nachgeladen Das wird noch aufgeladen. Was spinn ich rum? Okay, lad ich gleich mal nochmal. Ich hab keine Munition mehr dafür. Super, freut mich. So, aber ich glaube mal mit dem Plasma-Cutter kann ich hier echt nichts anfangen. Energiezufuhr. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Ja, gern geschehen. Okay, die primäre Asprogationsenergie wurde umgeleitet. Können Sie, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich glaube, ich sehe Dinge in meinem Kopf, hämmert es noch. Weiß auch nicht, halten Sie die Augen auf, okay? Okay. Ich hab mich schon so vorgestellt, dass Sie halt Halluzinationen haben. Ich meine, die eine sagt auch die ganze Zeit, dass er, sie nicht weiß, wo er ist, aber gleichzeitig reden sie miteinander. Was war? Kommen wir auf Ebene 2? Ähm. Der, der hier reinkommt, wird gleich wieder rausgeschnetzelt. Ich warne euch. Oh. Hallo? Okay, denn nicht. Denn muss ich zur Station Nummer 1. Zack, zack. Ebene 1. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Bio-Rekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, für andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Ich glaube, eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitat-Wandler. Das ist ja schon beinahe geschenkt. Warte, ich habe aber noch damit eine Primäre, ne? Oh, ich setze dich mal aus. Das sieht gewollt aus. Zu sehr gewollt. Okay. Quell. Kann ich das plattregen? Das ist nämlich jetzt ein Nein. Eine Werkbank, wow. Ich habe einen Energieknoten. Yeah, kann ich mir voll viel von kaufen. Weiter geht's. Oh, warte. Weiter geht's. Genau. Was ist das? Abbauverwaltung. Kann ja nur schief gehen, wenn sie schon eine extra Abteilung haben zum Abbau. Take us. Ah! Oh. Was ist los, Kollege? Was ist los, Kollege? Ihr krankenschweine. Wo muss ich lang? Okay. Hallo? Milipacks. Nein! Ah, ein Milipack. Okay, das geht auch. Hallo? Ähm, ja. Hat sich voll gelohnt. So, der hat zehn Schuss, der hat ein paar Schuss. Okay, auch nicht lachen. Hier hat ein Schuss. Jetzt nicht mehr. So. Helle. Will ich hier überhaupt rein? Na ja, ich muss nicht, ne? Hehehe. Lockbug des... Lockbug... Lockbug... Lockbug des... Hattens. Überträger der Ess-Infektion. Es ist jetzt weniger als eine Stunde her, aber die Effektion breitet sich rasend schnell aus. Das Flydeck. Das Flydeck war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig verseucht. Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren und etwa ein Viertel des Maschinendecks. Vom Frachtdeck und Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor. Was Schlimmes verbunden ist. So hätte ich das nicht geplant. Oder hatte. Ist mir auch egal. Okay. Röperklingen. Geht's hier weiter. Nö, nur ein Raum. Perfekt. Was ist das denn? Energieknoten! Ich werde verrückt. Ist doch so, oder? Ja! Wuhu! Energieknoten erhalten. Genau, das wollen wir doch sehen. Das gefällt uns. Plasme Energie und... Jetzt können wir hier zurückgehen. Das macht mir denn nichts. So. Bäh. Okay. Also muss ich zu der Tür dann nicht. Ja, warum nicht? Machen wir einfach mal. Ich will da rein. Weil wir letztes Jahr schon ausgelassen haben. Das beruhig voll. Credits. Credits. Medipack groß. Das gefällt mir auch. Noch mehr Credits. Und Medipack Mittel. Und ich hab keinen Platz mehr. Und ähm... Was ist hier? Was ist das? Hä? Wieso steht da nichts? Hä? Was ist das? Okay. Was ist das? Halt bleibt. Wäääh. Nicht mal das hab ich. Krieg ich was nachladen? Nein. 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 Ja. Das heißt hier mindestens Platz für Rebecca Kling. Ja. Und ich verarschen? Ich hab jetzt was ausgegeben für einen Raum, den ich... Der sinnlos ist, da ich keinen Shop habe. Warte. Das kriegen wir doch gefährt, oder was? Hab ich noch irgendwas Sinnloses, was ich wegschmeißen kann? Da. Ich hab drei Schema. Oh, Plasma-Energie. Oh, das brauch ich alles. Eins verwende ich noch. Ja. Schlau. Kann ich hier von eins verwenden? Nee. Oh, Mann. Tut mir leid. Entfernt. Tut mir leid. Entfernt. Also, das Leben. Oh, ich brauch ich nicht. Stasenpack. Kriegt mir nichts. Plasma-Energie. Hier ist noch ein Medipack-Mittel. Halt bleibt der Gold oder Rippe Kling? Nimm mal kurz die Rippe Kling mit. Und das. Und ich glaube, ich hab jetzt zu viel mitgenommen. Äh, jetzt geht hier alles so weit. Genau, jetzt ging alles. Perfekt. Ich brauch dringend mal einen Shop wieder. Ich hab mich schon vorbeigelaufen. Boah. Das ist los. Vielen Dank.